Der Götter hat ausgetrieben, dass alle von nullen Gässen gemacht werden muss. Er hat ihn genommen mit Trauerlöcken. Die Kölutsche Trauerlöcken hat ihn genommen. Wer hat es gekämpft, wer hat es geschlossen. Da hat er hier nicht geblieben. Und wo sind sie gegangen, über den Provolak, und man geworfen Kartoffeln. Kartoffeln sind die Leute, was passiert. In die Gäte hatten gewacht, aber die Niemöse, die nach dem Feld, hatten zu neuf, die Gäte auf dem Feld gekriegt. Der Front war zu der Gäte, und sie war blieb im Nösch, ohne Spiel. Die Gäte, die Niemöse.